In uralter Zeit lebte im Wallis im oberen Rohnetal ein tüchtiger Schmied, der sich grosser Kundschaft erfreute und weit und breit nur der Schmied vom Rumpelbach geheissen wurde. Von den Schneehalden herab und aus den Seitentälern heraus kamen die Leute mit ihren Maultieren zu ihm, denn er hatte die besten Eisen- und Hufnägel und verstand es, den Pferden und Maultieren das Eisen so glatt und fest anzulegen, dass es monatelang hielt und solange man sich besinnen mochte, war noch nie ein Tier von der Schmiede lahm weggeführt worden. Da hielt auch einmal ein vornehmer Reitersmann vor der Schmiede an und liess sich vom Meister das Pferd beschlagen. Das ging so geschwind, dass der fremde Herr staunte. Als er die Eisen prüfte, sassen sie wie angegossen. Voll Freude darüber rief er den Meister und sagte zu ihm, er dürfe sich für die gedigene Arbeit etwas Schönes wünschen. Die Frau, die ebenfalls heranschlurfte, um ihren Mann einen halben goldenen Muskateller auf das Bänklein zu schieben, raunte ihm ins Ohr. »Wünsche dir den Himmel!« »Den müssen wir verdienen«, sagte der Schmied gelassen. »Den können wir nicht wünschen.« »Nun, so will ich mir etwas wünschen«, sagte der Meister und wischte sich mit der russigen Hand die Schweisströpflein von der Stirne. »Ich besitze im Garten einen schönen jungen Kirschbaum, der jedes Jahr über und über mit schwarzen Kirschen behangen ist, doch jedes Mal, wenn ich sie pflücken will, ist schon einer oben gewesen und hat sie weggefressen. Und so habe ich stets das Nachsehen. Ich wünsche, dass der Spitzbube, der verstohlenerweise auf dem Baum klettert, nicht mehr heruntersteigen kann und mich zu Hilfe rufen muss.« Der Herr erwiderte, er habe sich da etwas Vernünftiges gewünscht, bestieg sein Pferd und ritt weg. Nach einiger Zeit hielt der Reitersmann wieder vor der Schmiede, um das Pferd beschlagen zu lassen. Der Schmied erkannte ihn sogleich, rückte das Käppchen, setzte die Eisen an und erwarb sich von Neuem die volle Zufriedenheit des Herrn, denn dieser sagte, er dürfe sich wieder etwas wünschen. Die Frau hatte den Fremden durch die Putzenscheiben erspäht, kam eilig daher und flüsterte ihnen Mann über die Schultern zu. »Wünsche dir den Himmel!« Der Mann erwiderte, »Ach, mit deinem Himmel, den muss man sich doch verdienen!« Dann wandte er sich zu seinem Gönner. »Nun, in der Stube steht ein Lehnstuhl, weich gepolstert, doch wenn ich müde bin und mich hinsetzen will, ist er immer schon belegt.« »Nun, in der Stube steht ein Lehnstuhl, weich gepolstert »